Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Wo denn sonst? Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut? Mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut. Sollte ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Sollte ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab?